Alter, ich kann es nicht glauben, ohne Scheiß, Burschi, ich habe gestern Abend heimlich vorm Spiegel geübt. Berlin, es ist meine Stadt, mein Bezirk, du Nutte kannst nach Hause gehen, ab jetzt ist es Hardcore, du Opfer, Berlin. Ich weiß noch nicht genau, ich habe geguckt, wie die anderen das gemacht haben. Wann soll ich, soll ich übernehmen, weißt du, was ich meine? Wann soll ich übernehmen? Ich würde immer sagen, wir machen es so, Berlin, du immer, das ist meine Stadt, mein Bezirk, Nutte kannst nach Hause gehen, ab jetzt ist es Hardcore, du Opfer, Berlin. So würde ich den Part machen und danach machen wir es so, wie du es damals gespielt hast. Ohne Pause direkt, die Arme bleiben oben, so hast du es gemacht und die Arme, und dann kommt Beinacht. Beinacht, dann kommt Beinacht. Moment. Ja, Jens? Ich bin es, hallo Vater. Hallo Jens, ja, was ist? Unerwartet, ist die Mutter da? Nein, die ist doch im Bett. Hol mal, ist wichtig. Sie ist doch im Bett, sie schlafen doch. Ich bin es doch, der Sohn, was soll ich machen, ich kann die Uhrzeit nicht aussuchen. Ich kann doch die Mama nicht weggehen, Jens. Okay, kennst du Bushido? Na, ja klar kann ich, das ist ein Ritter, Musikproduzent oder Musiker. Der will, dass ich mit ihm auf der Bühne einen singe. Wie findest du das, Vater? Boah, das wäre klasse, du. Na ja, bist stolz ein bisschen. Kann das passieren? Na ja, natürlich, Berlin, Schmeinestadt, mein Bezirk. Wer macht das? Kennst du ein Lied von Bushido? Nee, ich kenne so keine, keine Titel, kenne ich nicht, nein. Nein, kein Titel. Aber du weißt, wie der Bushido aussieht, beschreibe mal, wie sieht er denn aus? Dunkle Haare? Ja. Kann es sein, dass er auch ein bisschen, ein bisschen von der Hausfarbe etwas dunkle ist, der Bushido? So, genau. Das ist so. Ja. Wunderbar. Gut. Reicht das? Das reicht. Sehr geehrter König Knossi, sehr geehrter Herr König Knossi, mögen dich diese Präsente erfreuen, so wie du uns erfreust bei deinen galaktischen Livestreams. Liebe Grüße von deinen vier Untertanen, Max, Daniel, Lukas und Felix. PS, beim Reiben an der Sphinx wird es Bücher und Algen regnen. Oh ja, der Spruch gefällt mir gut. Die Allerechte, ja, Baby, Alter, Junge. Guck sie dir an. Die Sphinx als Frau oder sie war mal eine Frau und ist jetzt ein Mann, ein komisches Gesicht. Aber die Allerechte Sphinx, Baby, hat Transport nicht überlebt. Aber die Teile sind auch nicht drin. Aber ich danke dir von Herzen für diese Sphinx, ohne Witz. Der Zettel geht an Knossis Paketzentrum. Ja, jetzt ist aber in meine Hände gefallen. Jetzt ist aber in meine Hände gefallen. Falls das Paket geöffnet wird. Ja, Junge. Ich habe es schon hier. Ich habe sorgfältig darauf geachtet, was drin ist. Nichts Stinkendes. Nichts, das rausläuft. Und nichts, das schimmelt. Mindesthaltbarkeit der Produkte Januar 2022. Trotzdem schickst du Lebensmittel. Warum? Vielen Dank für die tolle Arbeit. Nicht für Knossi, der andere Zettel für Knossi. Lieber König Knossi, blärt. Schon mal schöne Anrede, hat noch keine heute so gemacht. Mein Name Edwin. Ich bin 21 Jahre, komme aus Kassel. Ich wollte dir vielmals danken für alle Tage, die du mich zum Lachen gebracht hast. Jeder Tag mit dir ist ein wetterer, schöner Tag für mich. Deine Community. Aus diesem Grund überreiche ich dir, mein König, ein kleines Dankeschön, blärt. Okay, in diesem Paket findest du ein... Gopener Starterpaket. Enthalten. Semiki-Blatt. Pivo-Blatt. Choirs-Blatt. Das größte Geschenk in diesem Paket ist ein Song für meinen König, den ich alleine produziert habe, nur für dich. Ich würde dich bitten, diesen Song anzuhören, da ich mir viel Mühe gegeben habe. Den Song findest du bei YouTube unter edo-k. Wir hören ihn uns an. Oder auf meinem YouTube-Kanal. Edokules. Edok. Ja, was jetzt? Vielen Dank an meine tolle Frau, die den Zettel hier schreibt, während ich daneben stehe und diktiere, was ich schreiben soll, Alter. Deswegen so eine schöne Schrift. Junge, du kranker. Original russische Delikatess. Ja, 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 blärt. Xomka, Junge. Das ist klar. Da siehst du auch direkt, dass das aus Russland kommen muss. Das habe ich noch nie gesehen. Kat, Banane, Koch, Hortjana. Snack aus Riesenkalma. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Und die geilen Nüsse, Alter. Ratspa, Ratspa, Ratspa. Die Parkbank-Nüsse aus Mogba, Moskau. Kabak. Grüßt gehen raus an Knossi und Bushido. Schmeckt das scheiße. Schmeckt das scheiße. Aber da bin ich Fan, Jungs. Aber da bin ich Fan, Jungs. Da bin ich Fan, Jungs. Das ist der Song von dem guten Jungen. Und wir hören mal rein hier. Ich bin gespannt. Moment. Mein König. Ich flüstere dir ein bisschen ins Ohr. Bushido, bewerte auf. So wie du bist. Hildro, aufbewerten. Ich habe für dich ein Liebeslied geschrieben. Ey, beat schon mal geil, sag ein. Beat, Einzel-Chat, Megabeat. Hörg'n zu. Hörg'n zu, Baby. Klausi King steht im Ring mit dem anderen Streamer. Einer unter Fiendock in Gänseln persönlich an die Leer zaubert. Jedes Mal ein Lächeln in mein Gesicht. König des Lebens, der an die Langewelle bricht. Knossi, du bist einfach der Beste. Knossi, unser König. Wir sind deine Westen. Bin stolz, dass ich ein Teil deiner Truppen bin. Knossi King und sein Stream gehören zu dem Ring. Die Allianz, die du schufst, wird die Nächtigste sein. Sogar Montana Black wird zu deinem Lakaien. Du bist hier einst der beste König der Geschichten. Wie bitte? Montana Black ist mein Lakaien? Ah ja. Ja, König. Wie findest du Edukar, alter? Guter Mann, gell? Bruder, was ist los, alter? Ohne Scheiß fandst du gar nicht? Also, für dich ist es schon okay. Es ist auch eine nette Geste. Ich fand immer ein Kerl und so. Geil, auf jeden Fall. Aber feiere ich jetzt nicht so. Hallo, mein werter König. Danke für deine Unterhaltung, die du uns immer lieferst. Als Dank habe ich dir etwas Besonderes anfertigen lassen. Mit viel Liebe zum Detail habe ich dir etwas designt. Des Weiteren liegt ein zweites Paket bei. In diesem habe ich es mir nicht nehmen lassen, dir ein paar von meinen hauseigenen Feuerzeugen beizulegen. Als drittes Geschenk habe ich dir einen limitierten Merkur-LED-Würfel aus dem Jahr 2000 beigelegt. Also gebraucht. Da freue ich mich. Ich hoffe, du freust dich. Die Subs und Mods auch. Liebe Grüße, Boss on Stage Studios. Vielen lieben Dank, mein Freund. The Real Knossi 2020 Kalender, alter. Wie geil ist das, alter? Wie geil ist das denn, alter? Oh, Baby, alter, mit meinen favorite Slot-Machines. Ist nicht dein Ernst. Oben in der Süd-Rekord-Stream mit Marcel. Hoher Gewinn bei Schmetterling, Baby. Monopoly live, unser Monopoly-Moderator, Baby. Die Nummer 1. Die Geburt des Prinzen, Alter. Bei König auf dem Stuhl. Dicker Boss on Stage. Alter, das ist ein Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk. Razorschark, Junge. Alge, 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 Alge. Welcher Monat ist es? Juli 2020. Die Alge kommt. Alter, mega nice, oder nicht? Hotline starring Jens Knossi-Gnosala. Oder Hotline, das Logo kann ich nicht ertragen. Book of Dead, alter. Guck dir dieses Bild an. Pietro, unser Bild. Sword and the Grail. Mit einem Spin auf den 5er. 4.000. Werden wir nicht vergessen, alter. Battle Royale Köpfen, alter. Nina. Yes. Alter, die besten Games. The Dog aus Hütten bauen mit Ehrenbruder Kylo. Oh, Digger. Ey, sensationell. Ohne Scheiß, pass auf. Da ist doch eine Kiste drin. Auch wieder eigene Kartonage. Ich bin gespannt, was es ist. Deine Feuerzeuge hast du ja gesagt. So eine große Kiste, alter. Ein Merkur leuchtender Würfel, alter. Ist no joke. Der Sonnenwürfel. Baby, alter. Das ist ja sensationell. Wenn ich mit Kollegen Baller, Junge, einmal Würfel. Einmal Würfel, Baby. Sensationell. Vielen lieben Dank, ohne Scheiß. Vielen lieben Dank, ohne Scheiß.